71 Что-то хотеть? Etwas wollen. Что вы хотите? Was wollt ihr? Вы хотите играть в футбол? Wollt ihr Fußball spielen? Вы хотите пойти в гости к друзьям? Wollt ihr Freunde besuchen? Хотеть. Волен. Я не хочу прийти поздно. Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht spät kommen. Я не хочу туда идти. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht hingehen. Я хочу уйти домой. Ich will nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Я хочу остаться nur noches. Ich will nach Hause bleiben. Ich will nach Hause bleiben. Ich will nach Hause bleiben. Я хочу остаться одной. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Willst du hierbleiben? Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kaffee? 72 72 Byt doljnym, stota sdelać Etwas müssen Byt doljnym, stota sdelać Müssen Müssen Ja doljnym paslać pismo Ich muss den Brief verschicken Ich muss den Brief verschicken Ja doljnym aplatit gostinicu Ich muss das Hotel bezahlen Ich muss das Hotel bezahlen Du musst früh aufstehen Du musst früh aufstehen Du musst viel arbeiten Du musst viel arbeiten Du musst pünktlich sein. Er muss tanken. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto waschen. Sie muss einkaufen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wäsche waschen. Sie muss die Wäsche waschen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. 73 73 73 Можно. Разрешается что-то сделать. Etwas dürfen. Etwas dürfen. 73 75 53 47 45 45 46 48 48 45 45 46 45 Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Dürfen. Dürfen wir hier rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf ich eben mal telefonieren? Darf ich mal eben telefonieren? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas sagen? Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Jemu нельзя spať na вокzale. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Auto 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 schlafen. 74 Um etwas bitten Können Sie mir die Haare schneiden? Nicht zu kurz bitte Etwas kürzer bitte Können Sie die Bilder entwickeln? Die Fotos sind auf der CD Die Fotos sind in der Kamera Können Sie die Uhr reparieren? Können Sie die Uhr reparieren? Das Glas ist kaputt Das Glas ist kaputt Die Batterie ist leer Die Batterie ist leer Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie mir Feuer geben? Können Sie mir Feuer geben? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Rauchen Sie Zigarren? 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 Rauchen Sie Pfeife? Rauchen Sie Pfeife? Rauchen Sie Pfeife? 75 75 75 75 Sto te abas novo wird? 1 Etwas begründen 1 Etwas begründen 1 1 Etwas begründen Почему вы не придете? Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? kommen Sie nicht? погода очень плохая Das Wetter ist so schlecht Das Wetter ist so schlecht Я не приду потому что погода такая плохая плохая Ich komme nicht weil das Wetter so schlecht ist Ich komme nicht weil das Wetter so schlecht ist Почему он не придет? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen Er ist nicht eingeladen Почему ты nicht? Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Warum bleibst du nicht? Warum bleibst du nicht? Ich ich noch arbeiten Ich muss noch arbeiten Ich muss noch arbeiten Ich bleibe nicht weil ich noch arbeiten muss Ich gehe weil ich müde bin Ich gehe weil ich müde bin Ich gehe weil ich müde bin ich fahre weil es schon spät ist 76 76 76 76 76 76 76 etwas begründen etwas begründen etwas begründen zwei etwas begründen Почему ты не пришел? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich war krank Ich war krank Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? Sie war müde. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Unser Auto ist kaputt. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? Sie haben den Zug verpasst. Sie haben den Zug verpasst. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? Ich durfte nicht. Ich durfte nicht. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. 77 Etwas begründen 3 Warum essen Sie die Torte nicht? Warum essen Sie die Torte nicht? Ich muss abnehmen. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? Ich muss noch fahren. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Warum trinkst du den Kaffee nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Er ist kalt. Er ist kalt. Ich trinke es nicht, weil er kalt ist. Ich trinke es nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? Ich habe keinen Zucker. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum essen Sie die Suppe nicht? Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen Sie das Fleisch nicht? Ich bin Vegetarier. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. 78 78 Adjektive 1 Eine alte Frau Eine dicke Frau Eine dicke Frau Eine neugierige Frau Eine neugierige Frau Eine neugierige Frau Ein bequemerập Ein bequemer Menschen Ein welches Kleid Ein rotes Kleid Ein grünes Kleid Eine schwarze Tasche Eine braune Tasche Eine weiße Tasche Nette Leute Höfliche Leute Interessante Leute Liebe Kinder Derzige Kinder Freche Kinder Brave Kinder 79 79 79 79 79 79 79 Adjektive 2 Adjektive 2 Na mne sinie plaće Ich habe ein blaues Kleid an Na mne krasne plaće Ich habe ein rotes Kleid an Ich habe ein rotes Kleid an Na mne zelenae plaće Ich habe ein grünes Kleid an Ich habe ein grünes Kleid an Ich habe ein grünes Kleid an Ich kaufe eine schwarze Tasche Ich kaufe eine schwarze Tasche Ich kaufe eine braune Tasche Ich kaufe eine braune Tasche Ich kaufe eine blaue Tasche Ich kaufe eine weiße Tasche Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Unserer Gäste waren nette Leute. Unserer Gäste waren nette Leute. Nashimi Gästiami byli wierzliwuee ludi. Unserer Gäste waren höfliche Leute. Unserer Gäste waren höfliche Leute. Nashimi Gästiami byli in teresnuee ludi. Unserer Gäste waren nette Leute. Unserer Gäste waren nette Leute. Unserer Gäste waren nette Leute. Sind Ihre Kinder brav? 80 80 Adjektive 3 Sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund. Der Hund ist groß. Sie hat einen großen Hund. Sie hat ein Haus. Das Haus ist klein. Sie hat ein kleines Haus. Sie hat ein kleines Haus. Er wohnt in einem Hotel. Er wohnt in einem Hotel. Das Hotel ist billig. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er hat ein Auto. Das Auto ist teuer. Das Auto ist teuer. Er hat ein teures Auto. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. Der Roman ist langweilig. Er liest einen langweilig. Er liest einen Roman. Er liest einen langweilig. Der Roman ist langweilig. Der Film ist spannend. Sie sieht einen spannenden Film.